So, bevor ich euch hier in den Kampf entlasse, ich werde nicht nachkommentieren, weil der Kampf gegen 120 Runden gegen Firachu, tut mir leid an der Stelle, aber ich wüsste eh nicht mal alles, was ich genau gedacht habe, von daher dachte ich, dass das so die beste Variante ist. Ich gebe nur kurz mein Mining dazu ab, es haben für mich drei Züge wirklich gemeldet, einmal der Crit auf Manafee, der jetzt zwar gespoilert ist, egal, der Swillow auf meinen Cherox und noch irgendwas, was ich vergessen habe, ist auch nicht so wichtig. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Kampf, habt einen schönen Tag, bis sehen wir uns dann, tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.